Moin Leute, herzlich willkommen und ja, wir machen weiter zur nächsten Folge, der Michael ist wieder da und ja, hier haben wir auch ganz spät abends, die meisten sind hier noch am dies und das machen und ja, wir wollen dann hier erstmal wieder eine Folge so ein bisschen zu Hause verbringen und danach geht's dann mal los mit dem Paddy und dann wollen wir nämlich mal nochmal nach Changsimla, da wollen wir dann mal, ja, anfangen mit diesen Aufgaben, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Michael können wir es mal so machen, dass wir hier vielleicht, äh, das ist das, so, das können wir beenden, so, das ist in Frankreich, genau, der ist nämlich eigentlich für Frankreich zuständig, hat jetzt aber erstmal noch genug von Reisen Ja, ansonsten Sonntagnachts ist es, also ist gerade offen in der Nacht zu Sonntag, da können wir mal gucken, alle sind noch ein bisschen spät am Arbeiten, warum ist die Glotze an, warum ist das Sofa so extrem kaputt, das werden wir mal wieder reparieren, da haben sich die Katzen wieder dran ausgetobt, haben wir sonst noch irgendwas kaputtes? Der Stuhl hier sieht auch nicht mehr so toll aus, okay, es lag aber eher an den Texturen Ja, ansonsten sieht alles recht heil aus So, und ich glaube, du kannst so langsam mal aufhören, du musst jetzt nicht noch sechs Stunden da an diesem Ding da drum rumhängen So Vier Stunden angestrengt trainieren, na gut, aber vielleicht lieber hier Ja, er hier ist auch bald, hoffentlich bald fertig mit seinem Buch, damit wir hier auch mal ein bisschen was abschließen Ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen Langsam wird er müde, das wird er nicht mehr fertig machen hier Na gut, dann leg dich halt schlafen Ja, ja, ist ja gut Nee, nicht schnorcheln, schlafen, danke Wieso kann er Bett nicht machen? War da eben zu müde für? So, und können wir hier irgendwas abbrechen, was nicht so viel wert ist? Boah, es ist alles recht gut Aber 8000 ist natürlich auch krass Naja, lassen wir die mal alle ein bisschen schlafen Tja, weg ist es Macht er hier wirklich noch weiter? Naja, soll er Gott ist der müde und Gott ist der am stinken Das hält er nicht mehr durch, der schläft da gleich ein Ja, wobei Schafft es doch noch Ja, Glückwunsch Mein Respekt So, jetzt wollen wir ihn dann aber auch erlösen Oh, und Zeugnisvergabe Heute ist ja alle Hand los So, dann müssen wir da wohl hin An Uni einschreiben Leute, das mit der Uni, das machen wir noch Aber ich schätze mal, das machen wir eher in Sims 4 Ich muss mal gucken Ich weiß nicht, ob da Uni und so rauskommt So, und Tara hat Geburtstag Wen interessiert es? Wir wollen lieber hier hin Und Im Rathaus Schule abschließen Ah, okay, das machen wir später Da werden die wahrscheinlich dann automatisch hingehen Dann können wir es auch erst mal lassen So Kampfkunstfähigkeit verbessern Perfektionieren Ist er schon wieder wach? Noch nicht ganz Aber dann lassen wir ihn hier nochmal ein bisschen trainieren So, dann ist der schon mal beschäftigt Er ist hier sowieso noch ein bisschen am Schlafen So bis 16.30 Kevin Mena Lufti Was fehlt die? Beziehungsweise wer ist das überhaupt? Maggie Einmal bürsten bitte Und danach darf er dann auch sich was zu essen nehmen Was ist das hier? Aha Ach, wegen falscher Beschuldigung Richtig Die hatten ja irgendwie was in Umlauf gebracht Dass man verhaftet wurde Kann man da nicht gegen vorgehen? Hier im Rathaus oder so Irgendwie eine Klage einreichen Oh Geil Wegen Rufmord verklagen Das ist cool Das machen wir Muss man natürlich wegen jedem Scheiß direkt zur Polizei So Paddy Ah, das reicht jetzt auch mit Schlafen Oh Oh Alter So Und danach Kann er denn weiterschreiben So Mandy Boah Das mit diesem Fahnenlernen Das dauert so lange Meine Herren Einen Trink Macht sie sich Oh nee, oder? Wer ist sie denn? Ist auch egal wer sie ist Auf jeden Fall ist sie jetzt weg So Reste essen Dem Sum Können wir sie auch nochmal auf den Pott schicken Und dann kann sie auch mal ein bisschen trainieren wieder So Ja Dann läuft eigentlich alles so Sein Gang So Ich hoffe mal, dass er hier jetzt mal ein bisschen vorankommt Der Paddy Das Ding müssen wir noch voll bekommen eben Feuer wird nicht auf den Pott gegangen Scheiße Abschlusszeremonie Ach nee Und die ganze Familie muss da mit hin, oder was? Bitte nicht Oh nee, oder? Scheiße Na gut Dann müssen wir das hinter uns bringen Was haben die hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen Das mit den Tech Alter Der Spinnt gerade richtig Spackt gerade richtig ab Ja Super Haben wir keine andere Wahl Als uns jetzt mit den anderen Idioten zu treffen Und das noch Sonntagvormittags Es gibt ja nichts Schöneres So Trainiere Mirai All wie vier Stunden Mit einer Trainingspuppe Oder einem anderen Sportgerät Um eure Beziehung zu fest Was? Okay So Dann warten wir mal ab Bis der Quatsch hier vorbei ist Cat Universe Also wenn wenigstens dieses Soziale jetzt hochgehen würde Oh je Das dauert echt den ganzen Tag Oder wie Das ist ja herrlich Aha Na gut Dann ist es doch jetzt vorbei Sehr schön So Wenn wir schon mal hier sind Keine Ahnung Mirai All wie So Ich glaube Dann chatten wir doch einfach nur zu Hause So Komm ab nach Hause Dann kann er hier so ein bisschen chatten Den Spaten Was soll der Scheiß hier Mach dich ab Wieso ist der überhaupt schon zu Hause? So Die Putze macht hier alles sauber Das ist ja schön So Kollege Du solltest doch eigentlich hier jemanden verklagen Hier Sieh zu Dass du das machst Das sind die Landgrafs Junggesellen Nette Bude Boah Wir haben so viele Sachen hier rumstehen Da bekommt das Notebook echt Probleme Nein 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 Was? Nein Hör auf mit der zu Na gut Die Elsa Dreisbach So Dann plaudern wir halt mit der Kriegen wir das Soziale hoch Aber da geht das Soziale auch nicht hoch Was soll denn das? Außerdem lenken wir die vom Arbeiten ab Das geht ja gar nicht So komm Hau ab So Soziales jetzt Hier komm jetzt Chatte doch mal ein bisschen Junge 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 So geht doch So Auch wenn das extrem lange dauert Beeindruckend Kevin Kevin Wieso müssen wir Gerichtskosten Bezahlen Wenn wir eigentlich derjenige sind Der Recht bekommen hat Macht keinen Sinn So und jetzt schreib mal dein blödes Buch weiter So komm Sieh zu Das möchte ich noch fertig kriegen Bevor wir dann überhaupt mal mit ihm dann Nach Shang Simla fahren Und dann machen wir da nämlich mal so ein paar Quests Ich hab genau gesehen Dass du da eben auf der Datingseite warst Ach Tara Musst du jetzt die Party crashen oder was? So Kriegen wir das eben noch fertig gemacht? Komm schnell 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 1200 Wofür auch immer Herzlichen Glückwunsch Juhu Tara Wo ist du denn? Oh je Eine Rotzgöhre Ich seh's jetzt schon Ja Herzlichen Glückwunsch So Kriegen wir das noch eben fertig gemacht? Bitte, bitte Ja Ich bin jetzt nicht fertig Ob das Ja Ist durch Schön Ja super Haben direkt das nächste bekommen Oh Gott Oh Gott Alles hier Naja Wie auch immer So Ich würde sagen Nein brauchen wir gar nicht Wir machen's mal so Dass wir ihn jetzt mal in den Urlaub schicken Reisen Und dann geht's für ihn nämlich nach China Dann können wir da nämlich so ein bisschen Ja das machen was wir mit Michael gemacht haben Nur dass Michael halt Oder machen wollten Nur dass Michael halt Er für Frankreich zuständig ist Also wir Machen das Ganze jetzt mal mit Paddy Der ist ja jetzt auch schon alt genug Und ja Ich sag erstmal Dankeschön Fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge Da machen wir dann In China weiter Mit Dem Paddy Und dann wollen wir einfach mal gucken Was es da für schöne Quests gibt Also Leute Macht's gut Wir sehen uns Sehr gerne Einen Daumen hoch Und Bis dann Bis dann